Hi! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber das Video heute ist gesponsert von Paradox Interactive. Vielen lieben Dank, das ist eine bezahlte Kooperation. Wollte ich euch nur Bescheid gesagt haben, damit ihr wisst, woran ihr seid. Wir haben zwei Stunden Mechabellum im Livestream gespielt, das hat mega viel Spaß gemacht. Jetzt seht ihr einen kleinen Ausschnitt daraus. Schaut gerne das VOD auf Twitch nach, Link in der Videobeschreibung zu Mechabellum, Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Checkt das Game gerne mal aus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mechabellum. Lange ist es her, vor einem Jahr das letzte Mal, glaube ich, gespielt. Und jetzt gab es ein Update. Es sieht alles nicer und cleaner aus und es gibt neue Einheiten, die gedroppt werden können. Und die sind schon ganz schön krass. Ich habe jetzt gerade ein paar Runden schon gezockt. Wir wählen mal kurz unseren Commander aus. Oh ja. Ja, ich liebe den Riesenspezialisten. Not gonna lie, I love him. Ja, das sieht so aus, dass man auf dem Schlachtfeld ist, ne, gegenüber. Ich will nicht zu viel erklären. Da müsst ihr euch bei den Expertenkanälen umsehen auf YouTube. Ja, auf jeden Fall Stormcaller. Das ist, I don't like this much. Und meine Einheiten sind so semi dagegen. Nämlich Fangs. Nee, Fangs sind zu langsam. Ich nur Crawler brauche ich. Zack. Ich knatter hier mal kurz eine Information, um euch noch so ein bisschen das Spiel zu erklären auf YouTube, ne. Wie gesagt, neues Update, neue Optics und auch neue Einheiten. Und die sind ganz schön krass. Und die will ich euch heute mal zeigen. So, ihr habt, ne, immer rundenbasiert. Eins gegen eins. Ähm, das sind so zwei Kerne, die dürfen nicht kaputt gehen. Ähnlich wie ein Forz. Versteht ihr, wie ich meine? Und das sind unsere Leben. Und nach jeder Runde, derjenige, der verliert, verliert auch Leben. Je nachdem, wie viele Einheiten vom Gegner noch übrig sind. Und, ähm, ihr müsst ein bisschen mal da hier starten. Damit ihr nicht so in meine Dings reinläuft. Und euch da draußen. Ja, well. Ich glaube, das ist fein, ne? Was hat er sich geholt? Äh, ganz schön viele Crawler. So, da ist ein Megacrawler. Er hat seine Streitkräfte auf der rechten Seite Melee verlagert. Und jetzt ist es halt so ein bisschen Schere, Steinpapier, ne? Also das eine Kaun hat das andere. Und, ähm, ja, das ist der Spielmodus. Oh mein Gott, die sind nicht mehr One-Shot dagegen? Das ist auch neu. Das ist ja... Hä? War das schon immer so? War nicht schon immer nicht One-Shot gegen die? Ich meine, wir sind hier gerade ganz gut durchgekommen. Jetzt haben wir einen seiner Kerne zerstört. Deswegen ist er gerade kurz geschwächt. Wir beschleunigen mal kurz die Spielabläufe. Aber er rasiert halt gerade an der rechten Flanke. Wir verlieren jetzt die Kugeln, weil sie halt eben geschwächt sind. Jetzt sind die nochmal geschwächt. Und werden... Ja, die sind... Die sind basically kaputt. Also von den kleinen Einheiten... Oh, ja, nee. Kommt durch! Ja! Sie haben keine Rage. Sie können auf eine gewisse Rage feuern. Easy win in der ersten Runde. Let's go! Hui! Ja, wie gesagt. Schere, Stell, Papier. Alle Einheiten counteren sich so mehr oder weniger gegenseitig. Also nicht alle, alle, aber... Hm. I very much like this one. God, I need this one. And the other things are not quite that interesting for me. Okay, we will take this one. Weil das sind ganz schön viele. Ähm. Was geben wir ihm? Wie viel Damage macht so ein Crawler? Äh. Damage, 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 Damage. ATK. 79. Und das blockt dann immer 60, ne? Und geblockt. Ich glaube, das ist dann pretty unzerstörbar. Das Gerät. Die kleinen Crawler gehen mir gerade schon ein Stück weit auf die Eier. Deswegen weg mit denen. Dann holen wir uns noch irgendwas dazu. Noch eine Crawler-Einheit oder so. Die hier kann ich schon upgraden, will ich aber gar nicht. Ich glaube, einfach mal... Na, machen wir so. Machen wir so. Gucken wir mal, was er sich jetzt holt. Ja, nächste Runde, nächstes Glück. Nach jeder Runde kriegst du so vier Karten vorgezeigt. Da kannst du eine von denen, musst du nicht. Wenn du keine nimmst, kriegst du Geld. Wenn du eine nimmst, kriegst du halt coolen Stuff. Oder auch Einheiten. Oh, das ist nicht geil. War der eben schon im... Oh, das ist auch nervig. Also war das schon immer so, Chad? Ähm. War das schon immer so mit denen, mit denen... Wisst ihr das? Würde mich jetzt interessieren. Mit den Crawlern waren die schon immer... One-Shot. Also nicht One-Shot gegen... Good old... Arglides. Weil ich denke, das war nicht der Fall. Sieben Sekunden noch auf der Uhr gewesen. Fast wäre es nur unentschieden geworden. Arglides wurden etwas abgeschwächt. Okay. Äh... Wir sind aber... Haben wir eben eine Einheit freigeschalten? Nee, ne? Ich vergesse das immer. Ich muss das machen. Okay, wir gehen da mit. Äh... Holen uns ein... Irgendwas... Fettes mit Anti-Air. Ähm. Ich wende Mustangs hier gegen die ganz cool. Oder was ist... What's poppin' off? Ich glaub, ein Oberheer ist auch nicht bad. Ich... Oh... Da wollte ich nicht draufgeklickt haben. That's for sure. Das ist jetzt anders belastend bad. Ich weiß nicht, was ich mit dem gerät soll. Der hat... Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Kann ich das sehen? Steuerung, Shift oder Alt? Das wäre noch cool. Das müssten sie mal einfügen. Wenn man das da schon sehen könnte. Die werden mir halt auf den Sack gehen. Und ich glaub nicht, dass mir da ein... Ein Arclight helfen wird. Jetzt hab ich halt keine Option mehr. Gibt's hier die Möglichkeit, eine weitere Truppe freizuschalten? Nee, ne? Nachschub. Level up. Reichweite. Mobilität. Nee, das ist alles morgsen. Da komm ich nicht weiter. Ja, da werd ich noch eine Runde jetzt ins Gras beißen müssen. Was waren denn noch Probleme? Ähm. Da vorne kommt jetzt eine weitere Dings. Wir haben noch Steel Balls. Ja, weil ich einfach echt gerade planlos bin. Was ich hier noch tun könnte. Als ich einen Shield Drop holte, okay. Dass wir die Westen so gar nicht gekonnt haben, ist halt irgendwie ein bisschen... Das war nicht so gut, ne? Ich hab nix, was Anti-Air hat. Und dementsprechend, ja... Die kommen ja drauf. Meine Einheiten, früher oder später. Ein A-Glide sind ja so schlecht, Alter. Die waren halt so gut. Aber die machen ja nix mehr gegen Crawlers. Da brauch ich ja wirklich schon den Energized Shot, um die kaputt zu kriegen. Bitte, bitte macht wenigstens das Schild weg. Oh, das ist nicht gut. Das wird am nächsten Runde stehen bleiben. Und ja, egal. Die Runde ist eh... Ich hab keine AA gegen die Wurst. Ey, Twitch-Chat mit am Helfen, was das Zeug hält. Danke sehr. Okay. Typhoon. Ist ja das Beste, was wir machen können. Wobei der Vierfache Scharfschützer auch echt verlockend ist, aber nicht gegen seine ganzen Crawler. Ähm. Muss sagen, Level 4 auch. Aber wir wollen hier die neue Einer testen und tryen. Und die ist sehr strong, finde ich. Ich kann... Was kann sie? Sie kann... Anti-air erhöhte Reichweite. Finde ich, glaube ich, ganz nice. Schild. Not bad. Das Problem ist... Die hier. Und die sind genau dahinter. Die Wasps. Wasps. Deswegen will ich die eigentlich eher so... Nicht da haben, wo die die Dings hinschießen. Aber das ist hier total schwierig. Ich denke, I'm doing like this. Wie viel kostet der? 500. Aua, das ist so teuer. Habe ich mir noch zwei davon? Oder lieber... Lieber doch jetzt ein Overhair tatsächlich. Nee, ich habe das jetzt als Anti-Air. Das muss reichen. Aber Overhair wäre trotzdem not bad. Wir gehen hier mit dem Overhair. Overhair, Overlord heißt das Ding. Overhair, was ist denn das? Das ist Deutsch und Englisch zusammengesmuscht. Salzwerk, ey. So. Ah, hier kamen immer ein paar Raketen an. Deswegen werde ich ihn lieber hier drüben platzieren. Hier, weil die Crawler da langlaufen. Jetzt erhoffe ich mir, dass das funktionieren sollte. Vielleicht ein bisschen weiter hinten. So. Sounds good to me. Vielleicht hier ein Schild reingeballert. Und da machen wir den drüber. Alright then, Overlord. Zeig mir, show me... Oh, er hat wirklich die vier Sniper geholt. Oh, die stehen so weit vorne. O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Jawoll, Steve Was, der ist da durchgekommen Die Crawler, wo kamen die her Aber we got the Overlord Overlords kamen in den Klatsch Starke Einheit Also die, 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 die Wie heißen sie? Typhoons Gefällt mir sehr gut Dass man sie nur über Drops kriegen kann Hm Vorratsspezialist 150 Mehr pro Runde Will ich hier ins Late-Late-Game gehen? I think I will Weil ich sonst einfach abgezogen werde Hm Da waren tatsächlich einfach Zu viel Crawler oder was? Kein Flank? Ich glaube, ich hole mir ja jetzt Flammenwerfer dazu Ein 30 Der hat auf jeden Fall massig Damage gemacht, der wird in der nächsten Runde geupgradet werden können Die Auch kurz vorm Upgrade Das ist ein bisschen ärgerlich Ähm Wir verzichten jetzt auf Ähm Auf die, die, auf die, auf die, auf die, auf die hier Dinger, ne? Da machen wir nichts mehr mit Ähm Die sind jetzt nur noch Kanonenfutter Für die Snuppers Und damit ist jut Wobei ich glaube ich Den hier vielleicht Ausschalten möchte Weil der mich Der, der, der muss hier schon tanken So ein Stück weiter auch Okay Ja Weg mit dem Er hat auf einmal drei Overlords da Äh Und halt mit Wasp Produktion Aber die Wasps werden geschreddert Aber auch meine Steelballs werden geschreddert Und dann kommt zu wenig nach Hier wären, ähm Das wäre hier gut Ich glaube ich brauche hier hinten In der Backline noch so ein bisschen mehr Anti-Air Und die müssen auch Das Upgrade für Anti-Anti-Air bekommen Dann werden die da Auch die Overlords glaube ich Ganz gut rausnehmen können Der ist halt jetzt useless hier Der Alleine für sich Die machen Gar nicht mal so viel Damage Um nicht zu sagen Gar nichts an den Overlords Oder hat er die Hat er das Upgrade? Ne hat er nicht Das tut jetzt ganz schön weh Ah Ja okay 1200 und mehr Ähm Oder hole ich mir dahinter Ich habe sie ja schon freigestellt Die Medic Points Mit mehr TP Ne Wir holen uns den Amplifying Core Dann den hier drauf Geben dir ein Upgrade Und mehr Range Um die Wasps abzuwehren Ja das machen wir Wir haben jetzt hier hinten einen Schmelzpunkt Das war die ganz schöner Ganz schöner Stack an schweren Einheiten Mh Wir haben eigentlich noch einen Crawler gut Der von hier hinten kommt Was mal für das Upgrade Der macht hier halt solide Arbeit Ne Kann man nicht anders sagen Ob der nicht vorm Upgrade steht Weiß ich auch nicht Ich könnte auch zwei Crawler holen Aber ich weiß nicht Ob das meine Probleme unbedingt fixt Eigentlich würde ich gerne noch Nenenen Taifun hier stehen haben So Aber die machen irgendwie nicht so Der der ist Ey komm wir holen uns noch zwei Crawler Ey Something like this Vielleicht eher So Bin ich mal gespannt ob das Ob diese wilde Zusammenstellung von Truppen Irgendwann raffen wird Bei davor Schauen wir mal was wird Okay 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 Da hat er jetzt auch noch zwei Overlords Mann Ich hab den Amplifying Core nicht verpackt Hab ich den verpackt? Ja hab ich verpackt Okay das tut das gut Der wird noch nicht unter Beschuss genommen Das ist also quite great Er hat jetzt auch noch Steel Plays dazu Das heißt die werden useless sein Gegen die Overlords Und ihm kann ich nur noch die Reparatur geben Das wäre glaube ich quite strong Oder ich place ihn jede Runde rum Aber gerade mal Ist da zu viel Klein-Firmenstart Und er kriegt richtig viel Damage rein Aber er verteilt auch raus Aber jetzt hat er halt auf ihn eingeloggt Und jetzt sind die Wasps da Das ist ein bisschen blöd Aber ich habe noch Der Gerät Schmelzpunkt hier stehen Nur hier hinten ist das Problem Da brauche ich auch noch einen Schmelzpunkt nachher Und der braucht einen Healing Beam Oder mehr Range Da bin ich mir noch nicht sicher Aber ich kriege schon wieder hart aufs Maul Aber ich kriege schon wieder hart aufs Maul Der kann ja alle jetzt fast upgraden Jetzt kommen aber die neun krassen Troops Säbelzahn Schwerer Panzer Der mit zwei Kanonen und Hobenscharn ausgestattet Und gut für die Ausräumung Mittelgroße Einheiten geeignet ist Ich brauche was mit Anti-Air Doppelschuss Ne Bringt mir nix Viermal Fangs Mit Schild Da schreddern die aber auch so durch Glaube ich Mit Reichweite Vielleicht schon mal useless Und er ist auch Kind of useless Da habe ich die Flammenwerfer halt schon Oder kannst du Luft Leichte Einheiten Nur Boden Ja mir erscheinen Nur die Fangs Logisch Will ich hier auf Reichweite gehen Auf Crawler Gehen wir auf Reichweite Im Moment Wir haben dann hier die Fangs Die ihn unterstützen sollen Das Ding ist Die werden nicht viel Brandschaden ist glaube ich Hier wäre glaube ich Gar nicht bad Ich Zeit Okay er kommt nochmal mit Overlords Er macht den Overlords Bam move Sind ausgeräumt Okay Dadurch habe ich auch Einbußen an der Front Selbstverständlich Wie sieht es rechts aus Klein Wasps Gehen mir nach wie vor Auf den Sack Und der Große wird angegriffen Oder dass er sich Verteidigen kann gerade Ich habe immer noch Keine gute Ah wobei Die Range Kommt Kommt Kamen im Strong Die Range Range Sounds good Aber mit der nächsten Seilfe Wasps Sehe ich da halt schwarz Leider Links sieht auch gut aus Jetzt kommen Wasps Ungefähr Nein Ja Der hat eingeloggt Geil Okay Easy Äh Schaffen die doch Oder Sieht gut aus Okay 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 Easy Ganz easy Ähm Zack Zack Wir haben trotzdem Nicht mehr so viel AP Wir müssen aufpassen Dass wir jetzt diesen Lead halten Das ist Das ist sehr nice Schwere Rüstung Wäre auch sehr nice Ich habe nicht gesehen Was der so getrieben hat Aber ich glaube Hier noch einen Ne Der hat schon Da den Range Was machen wir jetzt Oh mein Gott Okay Die Viecher Hier habe ich gar nicht gesehen Die Säbelzahndinger Die sahen ganz schön Fett aus Muss ich sagen Die haben Damage gemacht Nichtsdestotrotz Zwei Fünf Haben wir jetzt Wir müssen ausgeben 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 Achso Ich muss ja noch was wählen Dann können wir uns glaube ich Das hier schon leisten Können uns noch Ihn hier überlegen Ne Doch nicht Nicht so sinnvoll Ja Ich hole noch einen Schmelzpunkt Damit die beiden Direkt ausgeschaltet werden Du kriegst den Du den Kriegst noch Reparatur Dazu Hier ein bisschen Weiter vorne noch einen Okay Keinen mehr da reingekriegt Aber Öl hier ist schon mal Ganz gut Er hat einen hier umplatziert Das ist okay für mich Weil der geht sofort raus Nimmt mir da ein bisschen Was von denen Jetzt kommen da hinten Sechs Stück Die Schilde Kamen denn strong Der braucht ganz schön lange An den Viechern Oh Die sind die tanky Wo sind meine Da sind sie Das Schilde ist kaputt Das ist nicht gut Steht hier noch Ein anderer Ne ne Hier sind Sehr sehr viele Wasps Komm schon Nimm den unteren Den Panzer Du sollst den Panzer nehmen Den Panzer Den Panzer Den Panzer Oh die haben jetzt sogar Schilde Alter Strong von ihm Schilde gute Wahl gewesen Brauchen die Schmelzpunkte halt länger Alter der war doch Safe näher dran Kannst du mir nicht erzählen Okay Hier die Schmelzpunkte regeln Hier der Schmelzpunkt Regelt nicht so Das ist leider mein Tod Fürchte ich Tja Okay komm schon Ne da kommen wieder neue Ja Vorne noch Fangs Ja die werden halt Von Ideen hier Geschreddert Ja Schade Da hängen wir noch Eine zweite Runde ran Würde ich sagen Schöne neue Graphics Sieht nice aus Ich frag mich wirklich Ob es KI war Und selbst wenn Ist trotzdem noch nice Ich möchte irgendwie Noch mal Sledgehammer spielen Ich weiß auch nicht wieso Riesenspezialist Mit Phoenix Fühl ich nicht Wir spielen noch mal Sledgehammer Mit schweren Rüstungen Vielleicht auch gar nicht so bad Was haben wir Stormcaller Boah Das macht jetzt nicht so Spaß Aber Fangs ist okay Mit Bewegungsgeschwindigkeit Okay Oder Crawler Versuchen wir den Rush Zu spielen Ich probiere mich jetzt Einfach an einem Rush Ich habe noch nie Ein Rush gespielt To be honest Gibt es nicht Gegen Stormcaller Eher sind die So um zu platzieren Na wir nehmen mal einen Hier mit rüber Er spielt auch Rush Ach du Scheiße Aber einen ganz anderen Okay Wie fehlt Wette Jo So Das ist ein bisschen blöd Noch mit dem Raustappen Da muss ich sagen Ähm Die anderen So Freisage Verwalten Freisage Starten So Okay Hier Wilde Nummer Aber da einfach mehr Tanks Und hier Crawler Fertig Oder Aber da wird er noch was vorsetzen können Trotzdem Crawler Eine Einheit Wäre nicht schlecht glaube ich Aber was haben wir denn Vorratsspezialist Ach Nicht so geil Komm Nehmen wir mal ihn hier Und hier Einen 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 Warte Wie viel ist der Platz Zwei Jawohl Und Das war es eigentlich Ne Sehen ihn noch ein bisschen mittiger Hacker Ach du Scheiße Das macht nicht so Spaß mit den Hackern. Das macht gar nicht Spaß, ey. Hacker mit Schilden direkt. Eiei, wilde Strategie. Da wäre jetzt die Festung geil geworden. Eigentlich wäre die schon relativ sick geworden. Aber ich kann ihn da eigentlich mit kleinen Einheiten überfluten. Das sollte klappen. Vielleicht klappt es. Ich weiß es nicht. Fang auf Level 3 zum Beispiel. Jetzt könnte er sich vielleicht rauspicken. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr den Elektromaget schon einschlackt, ganz entspannt. Einschlack. Einschlag. Dem geben wir ein Upgrade. Dem glaube ich auch. Der auch. Hier geben wir den ein. Und Dorn. Kriegt ihr das hier so richtig schön drauf? Dann packen wir noch ein Sniper hinter. Was ist das ungefähr? Und noch ein dritter Hacker, Mann. Gibt es ja nicht. Aber alle drei Schilder aus. Das ist strong. Das ist sehr strong. Und er ist erstmal mit den kleinen, süßen Crawlern beschäftigt. Jetzt kommen hier hinten die Nachhut. Ich glaube, wenn ich denen gebe, dass sie aus zerstörten Einheiten weitere Crawler produzieren, dann hat er nichts mehr zum Melden. Außer er holt halt Flammenwerfer dahinter. Das wird halt ein bisschen... Wie kann ich das, die Flammenwerfer? Das ist die Frage. Natürlich. Natürlich. Die fand ich nicht so stark, aber ich bin gewollt, sie zu nehmen. Wobei ich vielleicht auch die Wrath gar nicht so schlecht finde. Ich weiß halt nicht, wie viel Reichweite die haben. Steht das hier? Nein, das steht hier nicht. Aber ich will sie mal ausprobiert haben. Aber es könnte halt mein Ende sein, ne? Der Feuerdachs. Geringe Reichweite. Nein, never mind. Das machen wir nicht. Das ist Quatsch. Aber Reichweite um 40 erhöhen, klingt irgendwie auch nicht schlecht. Ich glaube eher, dass ich sie hier nehmen sollte. Da brauche ich was Starkes gegen die... Schilde. Therefore, I think we will pick this one. Gebe ich denen das schon? Das könnte halt relativ leicht gecountert werden. Danke dir für den Sub. Scorpion könnte auch nice kommen. Ja, da hast du recht. Ich glaube, ich gebe denen erstmal das. Und dann schauen wir mal, was wird. Ich gebe denen mehr Angriffsgeschwindigkeit und mehr Entfernung. Das tut ein bisschen weh. Er hat auch die Wasps gewählt. Aber da komme ich ganz gut durch gerade. Und auch sonst komme ich ganz gut durch. Ansonsten hat er da hinten einfach offene Flanke. Crazy. Er setzt wirklich alles auf rechts und da gewinne ich sogar noch. Gut, ich habe jetzt links auch nicht viel stehen. Aber das kommt gerade ganz brutal. Alter! Da, äh... Ja. Ich habe das Gefühl, für richtig zu machen. Und den auch jetzt da rauf. Der verliert die Runde. One more round to make it work. Schreibt er. Ja, okay, okay, okay. Okay. One more round to make it work. Please don't. Was meint er wirklich? Scorpion, ja? Schilde gegen Seidenbomben. Warte mal, ja. Das klingt auch gut. Warte, ich. Zwei davon. 700. Zwei Schilde. We do it like this. Das sieht brutal aus. Not gonna line her. Okay. Okay. Boah, er hat aber wirklich viele Dinger hier gebaut, du. Hör mal. Zum Glück, Schilde. Die werden ausgelöscht werden. Aber das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der wurde komplett vernichtet. Aber GG, mein Mann. GG. cuerp. Gut. Untertitel.